Musik Herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute habe ich für euch das erste One Piece TV Special Episode of Ruffy. Episode of Nami wird ja auch bald rauskommen. Auf das bin ich auch mega gespannt. Aber jetzt bin ich natürlich auch erstmal gespannt, was mich hier erwarten wird. Hier nochmal von hinten. Wir haben als extra ein Poster und das Ganze geht 113 Minuten lang. So nochmal von der Seite. Und dann will das Innere auch schon unbedingt rauskommen. Hier haben wir nochmal das Cover. Das FSK Logo ist aufgedruckt. Das andere war auf der Folie mit drauf. Und dann schauen wir mal rein. Dann haben wir hier erstmal unsere Scheibe. Und KC Werbung. Und hier haben wir das Poster. Das ist dasselbe Motiv wie auf dem Cover. Ich kann das hier gar nicht richtig ausbreiten. Ich probiere es mal. So. Wie gesagt, ich kriege das jetzt gar nicht alles hier rein. Ich probiere es mal so rum. Ja, also ich kriege es jetzt nicht richtig ins Bild. Aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, es ist das Motiv vom Cover. Finde ich richtig gut. Hoffe ich wird auch bei Episode of Nami mit dabei sein. Aber ich denke mal schon. Warum auch nicht. Ja. Das war es dann auch schon wieder. Hinter der Scheibe haben wir auch nichts. Damit wäre dieses Unboxing schon wieder fertig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis bald. Bis zum nächsten Mal.